Nachdem die technischen Details jetzt geklärt sind, eine kurze Information an Ihren Zuschauern bezüglich des weiteren Ablaufes. Die Siegerjährung dieses Spiels bildet morgen im Namen der Finalveranstaltung statt und direkt ab in den Spiel wird es weiterhin inzwischen gemäß Zeitplan mit der letzten Runde. Und als zweiter Information möchte ich Ihnen die Akteure dieses Finals noch etwas näher vorstellen. Links von Ihnen sehen Sie mit der Startnummer 52 das Tigerfeierabend vom TSV Schwarzhausen aus Oberweier. Sie tritt an mit Ihrem Partner, Stefan Brandner, Startnummer 18, vom Riedolf-Karschbaum in Wiedensburg aus der Vorpfalz. Sie konnten sich in einen partneren Fünfplatz kriegen, mit Alexander Jacken und Julian Schumann in diesem Finale durchsetzen. Und stehen jetzt im Endspiel gegenüber, der Partner, die die letzten Jahre sehr erfolgreich schon zusammengespielt hat. Sie waren hier in Himmolstein vor vielen Jahren schon freigeschmeister in der Mischkoppel und wurden mit diesem Titel dann 2007, 2008 nochmals zerritten und sind vorjahresvielser. Rechts von Ihnen mit der Nummer 61 auch vom TTC-Landmark aus Schwabin Katharina Schneier und Ihr Partner von der Staatsnummer 10, Michael Kraftner, von der TTC-Supportung nach Passau aus Niederbayern. Sie sehen hier also ein Berührer-Projekt und ein Endspieler-Mischkoppel. Viel Spaß dazu! Vielen Dank!